Mein Vater muss oft ganz schön harte Entscheidungen treffen. Deshalb geht er gerne ins Grüne, für seine Work-Life-Balance. Was Mozart für die Musik war, ist Amon Maynard für das Geld. Zerstörungskraft ist eine schöpferische Kraft. Aber gehören Raubkatzen nicht eigentlich in die Wildnis? Miau! Wir müssen diesen Wahnsinnigen endlich finden. Ja, rennt auf Hondo! Ich hab dich eh gesehen! Alle Spuren führen zu Maynard. Es muss jemand in seinem Umfeld sein. Also mir macht der Schütze Angst. Entsetzlich. Ich hab genau gesehen, dass es wahr ist und der rennt frei um ein Dumm. Unschuldige Menschen sterben. Es gibt Menschen, für die es keine Grenzen gibt. Hilfe! Ich kann alles tun. Ich komme mit allem durch. Es ist vorbei, Maynard. Wie lange wird es dauern, bis der Nächste dran glauben muss? Er ist der Schütze. Er ist der Schütze. Upsi.